Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute soll es um Sommerbücher gehen, aber bevor wir loslegen, wisst ihr ja wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung, ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, der Sommer steht vor der Tür, auch wenn es wettermäßig noch nicht ganz so toll ist. Wir haben vereinzelt super Tage und die ersten Leute bei mir im Bekanntenkreis, Umkreis, Arbeitskollegen, wie auch immer, fahren schon in den Urlaub und jedes Jahr fragt man sich natürlich, was nehme ich eventuell mit in den Urlaub, was für Bücher könnte man lesen, wenn man draußen im Garten, auf der Terrasse oder sonst wo liegt. Ja, ich habe mich aufgemacht in die Bücherei und habe geschaut, was gibt es dort eventuell für Bücher, welche sprechen mich an, welche sehen sommerlich aus und heute soll es erstmal um Bücher aus der Bücherei gehen, die ich mir angeschaut habe, etwas näher, wo ich gedacht habe, ach, das könnte eventuell was für mich sein oder eben auch für euch. Ja, das erste Buch, was mich angelächelt hat, ist von Thorsten Pilz und heißt Weite Sicht. Das Buch ist im Lübbe Verlag erschienen und wenn ihr euch das Cover anseht, finde ich, spricht es ein sofort an. Es sieht nach See aus, könnte die Ostsee sein, die Nordsee sein, obwohl ja, Nordsee ist ein bisschen stürmischer und habe dann, habe mir das dann hinten durchgelesen und habe gedacht, ui, das könnte ja eine ganz tolle Geschichte werden, denn hier geht es um vier Frauen und vier Leben. Es geht um Charlotte, die hat nach dem Tod ihres Mannes, ja, oder sagen wir mal so, die stellt nach dem Tod ihres Mannes alles in Frage, an was sie geglaubt hat. Dann gibt es Gesine, die Hilfe braucht und nicht weiß, wie man um Hilfe bitten soll. Dann gibt es Sabine, ja, die immer einsam ist und nicht so richtig weiß, wie sie vielleicht Kontakt aufnehmen soll zu anderen. Und dann gibt es noch die Dänen Bente, die so ein richtiger Freigeist ist, so ein richtiger Unruhestifter und die fürchtet eben, irgendwas zu verpassen, bevor ihre Zeit hier auf unserem Planeten um ist. Ja, nach vielen Jahren taucht also plötzlich Bente wieder auf in Hamburg und wirbelt schon mal von Charlotte das Leben durcheinander mit ihrem Humor, ihrer Begeisterung für die Schriftstellerin Karin Blixen und ihrer Abenteuerlust. Ich weiß nicht, ob ihr Karin Blixen kennt, da geht es ja um Abenteuergeschichten von Frauen und eben diese vier Frauen, ja, die nochmal wahrscheinlich irgendwas Neues entdecken und die zusammenhalten, hoffe ich, und ja, vielleicht einen Neuanfang starten. Also dieses Buch hatte mich angesprochen. Ich fand, es sah nach Sommerbuch aus, aber es scheint auch nebenbei noch eine Menge mehr in sich zu haben, nämlich vier tolle Geschichten von vier unterschiedlichen Menschen. Ja, dann ist im letzten Jahr ein Buch rausgekommen vom Ende der Nacht von Claire Devely. Das Buch ist im Hansa Blau Verlag erschienen, ist aus dem Englischen übersetzt worden von Margarita Ruppel und das soll, ja, eine sehr gefühlvolle Geschichte sein. Hier geht es um zwei junge Menschen, nämlich um Will und Rosie. Die sind total gegensätzlich, aber nichtsdestotrotz verlieben sie sich ineinander, sie werfen sich verstohlene Blicke zu, genießen, ja, Sonnenuntergänge am Lagerfeuer, Gespräche bis tief in die Nacht und sie sind eben kurz davor, etwas wirklich Wunderbares zu beginnen. Aber eines Tages bricht ihre Welt zusammen. Auch wenn die Jahre weitergehen, finden sie sich wohl immer wieder und können das, was hätte sein können, nicht loslassen. Ja, vom Ende der Nacht erzählt von unmittelbarer Nähe, verpassten Schangen, den vielen Lieben, die wir im Laufe unseres Lebens haben und der einen, zu der wir immer wieder zurückkehren. Ja, und auch hier haben wir ein, ja, ein Strandbild, Dünenlandschaft mit Sand, die untergehende Sonne und das Meer. Ja, klingt auch nach einer super Geschichte, nach einer richtig schönen Liebesgeschichte, die auch uns so ein bisschen Sommerfeeling wiederbringt, weil die beiden eben auch Sonnenuntergänge sich anschauen, am Lagerfeuer sitzen. Und ja, und wer genießt es nicht? So einen kleinen Sommerflirt vielleicht. Das klingt auch nach einer tollen, super tollen Sommergeschichte. Ja, dann hat mich ein Buch angesprochen von Emma Davis, Das kleine Cottage auf dem Hügel. So ein richtiger Feel-Good-Roman. Der führt uns nach England. England ist auch so ein Urlaubsland, wo viele gerne hinfahren. Das Buch ist auch aus dem Englischen von Michael Krug oder von Michael Krug übersetzt worden. Hier geht es um Medi Porter. Sie zieht eben von London aufs Land, wohl nicht ganz freiwillig. Sie soll einen luxuriösen Ferienort vermarkten, aber der Ort entpuppt sich als eine Ansammlung von herunterkommenden Cottages. Und Cess, der missgelaunte Besitzter, macht Medi das Leben auch noch zusätzlich schwer. Aber als Medi auf ein Geheimnis stößt, rauft sich das ungleiche Paar zusammen. Und schon bald macht nicht nur die atemberaubende Aussicht von der Spitze des Hügels Medi und Cess sprachlos, sondern wohl auch noch was ganz anderes. Eine herzergreifende und zu tränen rührende Liebesgeschichte im wunderschönen ländlichen England. Also, wer gerne nach England möchte und dort Urlaub machen will, für den könnte das doch was sein. So ein richtiger Feel-Good-Roman fürs Herz und ja, Cottages und wie auf dem Land und ja, klingt richtig toll und sieht auch schon so richtig schön nach Urlaub aus. Urlaub in einem Cottage in England. Wäre doch was, oder? Auch die nächste Geschichte von T. A. Williams. Ein Sommertraum in der Toskana. Ach Leute, in Italien. So viele Leute machen jährlich Urlaub in Italien und die Toskana, da denkt man sofort an Düfte, an... Ah, und hinten drauf steht der Zauber der Toskana und eine Sommerliebe voller Geheimnisse. Es geht um Bee Kingdom. Bee Kingdom wird in der Toskana in einem Krankenhaus wach und erinnert sich kaum noch an den Unglückstag am Filmset und sieht nun erwartungsvoll dem Angebot entgegen, sich in einer wunderschönen Villa auszukurieren. Die mediterrane Blütenplacht, die Olivenhaine und das köstliche Essen wirken Wunder, wie auch die Begegnungen mit dem geheimnisvollen Luca, der mit seinem drolligen Hund Romeo ebenfalls auf dem weitläufigen Gelände wohnt. Und am Ende eines magischen Sommers muss Bee die Entscheidung ihres Lebenstreffen. Ja, Sonne, Düfte und Aromen des Südens und eine zauberhafte Liebesgeschichte zum Dahinschmelzen. Ja, und hinten drauf steht noch, äh, what's better than books? Ja, also, wer nach Italien fährt, hm, vielleicht dieses Buch mit in den Koffer. Also, wer die Toskana liebt, wer Italien liebt, ich glaube, es wird eine wunderbare oder könnte eine wunderbare Liebesgeschichte werden. Was denkt ihr? Ja, auch das nächste Buch von Marie Varey, vielleicht ist es ja Liebe, ist aus dem französischen Übersetz von Gabriele Leferve und äh, ja, ich glaube, hier vorne steht auch das perfekte Buch für ein Sommerwochenende im Liegestuhl. Ja, ein Sommer am Komasee. Hier geht es um Isabel, die ist frisch getrennt, ihre langersehnte Schauspielkarriere ist noch in weiter Ferne und auf ihrem Konto herrscht eben dienende Lehre. Ja, da kommt ihr ein ungewöhnliches Rollenangebot, gerade recht. Eine junge Bloggerin beauftragt sie eben, ihren Vater zu verführen, denn der will einige Jahre nach dem Tod der Mutter wieder heiraten, obwohl die, ja, Kinder mit der Stiefmutter überhaupt nicht einverstanden sind. Und so reist Isabel als angebliche Nanny mit in den Sommerurlaub der Familie. Doch in dem idyllischen Ort am Komasee angekommen, wird nicht nur das Leben der Patchwork-Familie völlig auf den Kopf gestellt, sondern auch ihre eigene Gefühle. Ja, das klingt nach Turbulenzen. Erstmal unten in der Patchwork-Familie, da wird bestimmt alles oder einiges drunter und drüber gehen, kann man sich schon so richtig vorstellen. Und eben, ja, Isabel lernt vielleicht dort auch jemanden kennen, der ihre Gefühle durcheinander bricht. Also auch so eine richtige Sommergeschichte, die uns auch wieder zu einem Urlaubsparadies führt und ja, könnte auch was Tolles sein. Merkt ihr gerade, in den Sommermonaten liest man viel mehr so Liebesgeschichten, oder? Oder so, wo das Herz erwärmt wird. Also ich finde, das fällt auf. Ich habe vor so einem Schrank gestanden, da waren ich weiß nicht, wie viele Bücher drin. Und alles so Sommergeschichten, die halt ans Herz gehen, die, ja, Liebe versprechen. Ich habe auch ein Buch von Claudia Winter gefunden, das ich noch nicht kenne. Ich finde, sie schreibt total schön. Ich habe von ihr schon gelesen, unter anderem Aprikosenküsse, Glückssterne, das Honigmädchen. Und dieses Buch kannte ich noch gar nicht. Wie sagt man, ich liebe dich? Ja, auch dieses Buch sommerlich, Zitronen, so richtig einladend. Wenn ich Zitronen sehe, muss ich auch immer in Italien denken. Aber in diesem Buch weit gefehlt geht es nach Lissabon, also nach Portugal. Hier steht auch hinten drauf, eine Villa auf den Hügeln vor Lissabon, zwei ungewöhnliche Frauenschicksale und die eine große Liebe, die alles verbindet. Ja, und zwar, hier geht es um Maylis. Die ist anders als andere junge Frauen, denn sie ist gehörlos. Dafür ist sie schön, charmant und liebt es zu lachen. Und sie ist eine hochbegabte Malerin. Genau deshalb verschlägt es sie eines Tages mit einem unerwarteten Auftrag in ein traumhaftes Herrenhaus in der Nähe eben von Lissabon. Und während sie dem Zauber der Umgebung immer mehr erliegt, stößt sie auf eine vergangene Liebesgeschichte, die sie zutiefst berührt. Und ja, ihr Herzen öffnet für ein neues Leben. Und ja, klingt auch nach einer ganz tollen Geschichte. Hier haben wir auch mal eine andere Komponente. Wir sind in Lissabon. Wir haben eine Frau, die gehörlos ist, aber trotzdem hochbegabt ist. Sie ist Malerin und sie ist sehr charmant. Und sie erliegt auch den Zauber des Urlaubsortes und stößt dabei noch auf eine Liebesgeschichte. Ja, auch ein Buch, was mich total anspricht, zumal Claudia Winter wirklich wunderschön auch schreibt. Und ich glaube auch, dass das so ein richtiges Sommerfeelingsbuch ist. Und ja, wäre auch was eventuell für mich. Wo hinten drauf steht auch noch der große neue Sommerroman von Claudia Winter, voller Düfte, Farben und hinreißende Charaktere. Und sowas finde ich auch immer gut, wenn so ein Urlaubsfeeling wirklich rüberkommt. Wenn man plötzlich so diese Düfte spürt, wenn man weiß, oh ja, so stelle ich mir das in Portugal vor, dann kann das doch eine richtig tolle Geschichte werden. So, dann habe ich mal was ganz anderes noch gefunden. Und zwar habe ich hier so einen Fantasy-Roman, ist es glaube ich, von Christian Handel und Andreas Suchanek und heißt Spiegelstadt. Auch dieses Buch ist neu in der Bücherei. Tränen aus Gold und Silber. Ja. Und zwar soll das Babylon Berlin Ghost Fantasy sein. Also das hat mich total interessiert und angesprochen, weil ich glaube, gerade wenn man so in Urlaubsstimmung ist, lässt man sich auch mal auf was anderes ein. Und ich liebe ja Berlin in den 20er Jahren. Ich denke da auch sofort an meine Leo-Wechsler-Reihe von Susanne Goga. Ja. Hinten drauf steht, die Spiegelstadt. Ein magisches Berlin hinter unserer Welt liegt erstarrt in den glamourösen 1920er Jahren und bewohnt von vielgestaltigen Feenwesen. Reisen zwischen den Welten sind streng verboten und nur mit Hilfe magischer goldener Tränen möglich. Auf einer wilden Party in Berlin der Menschenwelt, die ganz im Motto der 20er Jahre steht, begegnet Max dem ebenso attraktiven wie geheimnisvollen Lenjo und gerät damit mitten hinein in einen blutigen Konflikt um die Herrschaft in der Feenwelt. Verfolgt von gladenlosen Kreaturen und gefangen in einem Netz aus Intrigen und Machtgier, ahnt keiner von ihnen, dass sie längst zum Spielball einer gefährlichen Macht geworden sind, die die Barriere zwischen den Welten bedroht. Ja, das ist doch mal was ganz anderes. Und hinten drauf haben wir auch ein Bild von den beiden Autoren. Und ja, sehr interessant. Die haben sich vor bereits mehr als zehn Jahren kennengelernt durch ihre Liebe zur Fantastik. Und seit 2018 verbringen sie jährlich mehrere Wochen gemeinsam in der von Andreas gegründeten Schreib-WG. Ja, und das ist ihr erster gemeinsamer Roman. Mal was ganz anderes für den Sommerurlaub, wo man abtauchen kann in andere Welten. Ja, genauso wie dieses Buch, das hat mich auch angesprochen. Es ist auch aus dem Englischen von Alexandra Beisch übersetzt worden, von Elizabeth Birchen und heißt das Museum der unerfüllten Versprechen. Das Buch ist im Pendo Verlag erschienen und ich weiß gar nicht, wie alt ist dieses. Ich gucke mal, ob was steht. Das Buch ist von 2019. Ja, also auch schon ein paar Jahre alt. Aber hinten drauf hat mich auch dieser Satz angesprochen. Eine Perle von einem Buch. Elegant geschrieben und wunderschön. Das sagt Marian Kees. Hier geht es um ein besonderes Museum in Paris. Öffne die Türen und die Vergangenheit wird dich finden. Hier geht es eben um dieses außergewöhnliche Museum in Paris, das Museum der unerfüllten Versprechen. Jedes seiner Ausstellungsstücke, zum Beispiel eine leere Keksdose oder ein Zugticket, ein Babyschuh, steht im Moment für Trauer und Verrat. Doch wer hier einen Gegenstand abgibt, macht sich dabei frei von Dämonen der Vergangenheit. Auch Laura, die Besitzerin des Museums, hofft auf diesen befreienden Effekt. Unter den Exponaten sind Zeugnisse ihrer eigenen Jugend. Sie führen ins Prag des Jahres 1985, wo Laura als Au-pair-Mädchen gearbeitet hat. Als sie sich in einen rebellischen, jungen Musiker verliebt, hat das schreckliche Konsequenzen. Denn das Leben hinter dem eisernen Vorhang ist kompliziert und Gefahr lauert überall. Ja, das klingt mal nach so einer spannenden Geschichte. Es geht eben um, ja auch mal um, was hatten wir gerade gesagt, Prag. Also die Tschechoslowakei, vielleicht so ein bisschen Spionage, wer weiß das. Auf jeden Fall ist das mal was ganz anderes. Denn auch an heißen Tagen, finde ich, im Sommerurlaub liest man auch gerne was Spannendes. Und deswegen habe ich jetzt auch für euch noch hier ein Krimi mitgebracht. Nämlich von Hannes Nygord, das Böse hinterm Deich. Das sind so Hinterdeich-Krimis. Ich glaube, die stehen aber alle, sind alle unabhängig. Hier geht es nach Nordfriesland. Gibt ja auch viele Leute, die im Deutschen Norden Urlaub machen. Hier geht es auch um einen Serienmörder. Der hat in der idyllischen Gegend eben seine ganz persönliche Spielwiese auserkoren. Scheinbar ohne jedes System wählt er eben seine Opfer aus. Ihre Fotos werden auf immer die gleiche Art und Weise kommentarlos an Kirchentüren genagelt. Kein Motiv, kein Bekennerschreiben, keine Verbindung der Toten auch untereinander. Und die Husuma Kripo um Kultkommissar Große Jäger jagt ein Phantom. Ja, und wird eben immer tiefer in einen richtigen Psychokrieg hineingezogen. Bedrohlich, grausam, gnadenlos. Thriller, Spannung von der Nordsee-Kulisse. Ja, und das Ganze im Emons Verlag. Ich glaube, der Emons Verlag hat viele solcher Krimi-Geschichten. Und dieses Bild weckt auch Urlaubsstimmung in mir. Und wenn es dann auch spannend und heiß wird, ist das doch auch genau das Richtige für einen Strandtag, wo man dann unter der heißen Sonne auch heiße, spannende Geschichten entdecken kann. Ja. So, und dann habe ich nochmal einen ganz anderen Krimi. Das ist der Auftakt einer Reihe, nämlich Inspektor Bislas erster Fall. Diese Geschichte führt uns nach Südafrika. Auch ein Setting, in das man sehr selten eintaucht und liest. Hier geht es um Albertus Bressler. Viele nennen ihn den großen Mann aus der Stadt, weil dieser Inspektor nämlich zwei Meter auch groß ist. Und der hat sich erst vor kurzem in den Norden Südafrikas versetzen lassen, in die staubtrockene Provinz Nordkamp. Und nach über 20 Jahren bei der Mordkommission in Johannesburg wünscht sich Bessler nichts mehr als einen ruhigen Posten auf dem Land. Doch ein furchtbares Verbrechen bringt ihn auch hier um den Schlaf. Auf einer Farm werden eine junge Frau und ihr Kind ermordet, ihre Leichen zudem seltsam drapiert. Und beim Anliegen des grausamen Tatorts angst der Inspektor, dass dieser Fall ihn eben bis an seine Grenzen treiben wird. Ja, zum Abschluss eben noch was ganz Spannendes. Ja, klingt auch mega interessant. Ich glaube dieses Buch wurde auch, ich gucke mal. Lektüre, ne, hier steht nicht, wer es übersetzt hat. Aber, ja, auch mega spannend. Ihr seht also, selbst wer nicht viel Geld hat, um sich irgendwelche tollen Sommerlektüren zu kaufen, geht in eure einsässige Bücherei oder Stadtbibliothek oder wie auch immer. Ihr könnt für wenig Geld dort so viele Bücher ausleihen, wie ihr wollt. Man entdeckt dort viel. Mittlerweile gibt es auch die Onleihe und ich sag mal so, in vielen Büchereien zahlt man einen Jahresbetrag von 20 bis 25 Euro, je nachdem. Und kann sich jeden Monat so viele Hörbücher, Bücher, Spiele, Urlaubslektüre, Sachbücher und was auch immer ausleihen. Sogar Sprachkurse, wenn ihr dann vorhabt, in ein anderes Land zu fahren. Und, ja, ich wollte euch einfach mal nur aufzeigen, auch in der Bücherei gibt es viel zu stöbern, gibt es tolle Bücher, neue, aktuelle, aber auch ältere, die es sich lohnt, vielleicht näher mal anzuschauen. Ja, das war's von mir zu dem Thema Sommerbücher aus der Bücherei. Ich werde noch ein anderes Video drehen, in dem ich zeige, was ich noch an Sommerbüchern auf dem Sub habe und vielleicht auch ein, zwei, die ich mir neu gekauft habe. Und, ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten, konnte euch ein paar Tipps geben für schöne Liebesromane oder auch Spannung in eurem Urlaub oder Urlaub auf eurer Terrasse, Balkon oder wo auch immer. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen als Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.